Oh, aber gute Hits, gute Hits, gute Hits. Oh, Junge, Huge Hits, Huge Hits. Geh doch nicht runter! Dicker, was machst du denn? Okay, ist wieder oben. Ja, er geht komplett in die Action rein. Junge, bist du das Wahnsinn? Ich muss ihm helfen. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Hier, okay. Rein da, rein da, rein da. Einfach alles rein da, alles rein da. War ein bisschen daneben geschmissen. Die sollte nicht auf dem Container landen. Fuck. Hat nicht funktioniert. Ja, wow. Alles klar. Und wo ist mein... Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und ich kann euch schon mal so viel verraten. Heute, heute seht ihr meine beste Runde in Season 20. Holy Shit, es ging richtig zur Sache. Es war hyper spannend. Es ging komplett die Post ab. Die Luzi ist richtig am Abgehen. Also Wahnsinn, was da jetzt auf euch zukommt. Genießt es. Genießt es. Popcorn raus. Getränk. Und Abfahrt. Let's go. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal da hin. Ja, ist zwar First Drop, aber es kommt bloß ein Team mit. Okay. Gut. Oh shit. Okay, nee, jetzt ist keiner. Ich dachte, es landet direkt einer auf mir, aber nee. Ich hatte noch mal Glück gehabt. All right, okay. Relativ geiler Stuff eigentlich. Spitfire ist unterschätzt komplett, weil die geht nämlich richtig ab. Damit kannst du richtig ballern und ich höre doch hier schon was. Das ist gut. Sorry, Bro. Das war belastend. Ach da. Boah, Digga, du hast Shots kassiert. Komm. Komm her, du Drecksau. Ah, da brauchst du nicht rumtabst, Dreif. Du Lutscher. Komm jetzt. Besser ist es, Alter. Okay, nice. Oh, und hier ist geiler Loot, Alter. Hier ist geiler Loot. Und so, Dankeschön. Okay. Digga. Ey, okay, ich muss sagen, die deutsche Version regt mich jetzt schon auf. Ich bin natürlich auf einem Zweit-Account unterwegs, weil ja gerade eben die Accounts zurückgesetzt wurden und ich will da nichts kaputt machen. Deswegen, yo, bin ich auf Zweit-Account unterwegs. Oh, der blaue Backpack, der schmeckt. Der schmeckt. Hier ist richtig geiler Stuff, Alter. Und so endet die Herrschaft des Champions. So, ich würde sagen, wir looten uns mal ganz kurz durch und dann müssen wir mal schauen, wo die nächsten Gegner sind, ne? Aber ja, tatsächlich, also, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann anhand der ersten Gegner. Man merkt auf jeden Fall, yo, es gibt gefühlt keinen Unterschied mehr zwischen Zweit-Account, Erster-Account, whatever. Außerdem hat mein Zweit-Account mittlerweile, glaube ich, auch schon Level 80 oder so. Ich weiß nicht. Kommst du? Okay, er kommt. Nice. Oh. Habe ich da gerade was gesehen? Ja, doch, da kam was. Na, sicher. Ja. Okay, nice. Ja, dann aufs Dach. Dann aufs Dach und richtig hart für Hört-Party, Alter. Haha. Das ist mein Vibe. Okay, okay, okay. Stark, stark, stark. Wo sind sie denn? Bro. What? Hä? Wo denn? Wo denn? Junge, wo fightest du? Junge, komm zurück. Komm bloß zurück. Ich hau dich. Besser ist es. Oh, da pusht jemand. Alles klar. Ja. Wie ich sie gleich wieder mit dem Superkleid um die Ecke kam, Alter. Digga. Okay, geh mal Bats her. Dankeschön, Dankeschön. So, wo ist jetzt die Bang hin? Ah ja, hier. Oh, Bro, du wirst jetzt Rops genommen. Komm her. Und die Nate war gut. Oh nein, die kommt davon. Die kommt davon. Die kommt davon. Wo ist sie? Ah ja, okay. Ja, Cannon, ne? Cannon. Ja, war klar. Feigling. Ich krieg dich sowieso. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Oder? Nee. Nice. Das war stark. Alter, Junge, wie leid, Emma, hat die denn? Was geht denn bei der ab? Okay, crazy. Und ich bin mit drei Kills Killie da. Ah ja. Aber da siehst du es mal, ne? Alle killen sich gegenseitig so krass und so schnell und so heftig. Was willst du jetzt? Ich komme wieder zurück. Dass du halt mit drei Kills Killie da bist, ne? Wo denn? Junge, da kommen wir doch gerade her. Wie soll da noch jemand sein? Okay, ich komme mal wieder hoch, weil ich glaube, er kommt nicht mehr runter. Okay. Dann lass ihn wacken. Woo! Ah, ich liebe Horizon auf der Map. Oh doch, er hat recht. Oh, der hat ganz gut kassiert eigentlich. Hä, wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Oh, da oben. Okay, warte, ich schleiche mich an. Ich schleiche mich an. Hi. Oh, Baby. Oh, Baby. Nein. What? Oh mein Gott, Alter. Oh, Junge. Oh, Digga, die deutsche Horizon geht mir so auf die Nerven. Labert die im Englischen auch so viel? Ich weiß es nicht, aber ich habe hier auf dem Account Dead Game auf Deutsch. War ein Fehler. Muss ich ändern, aber dafür müsste ich das Game neu runterladen. Das geht ja auf EA. Mal wieder nicht. Und was heißt mal wieder? Immer noch nicht. Äh, ja, nee, scheiß auf die Bette. Aber ja, also crazy. Wirklich crazy. Wenn ich eins finde, sage ich Bescheid. So, die Frage ist, ist es halt hier noch jemand, ne? Das ist halt immer ein bisschen risky. Aber scheint nicht so zu sein. Okay, alles leise, alles ruhig. Naja, dann passt's ja. Ich würde sagen, wir gucken uns sogar mal runter. Ja, okay, macht er auch. Naja, gut, dann, dann. Ich spring dir einfach mal hinterher. Wer weiß, was da auf uns wartet, aber vielleicht nichts. Okay, passt. Sehr gut. Oh, hallo. Ist da was Leckeres drin? Naja. Ist okay. Brauche nix. Aber hier, guckt sich an, ne? Wir sind noch nicht mal bei Zone 1 und es leben nur noch 17 Squats. Also zwei Drittel der Squats sind schon tot. Das ist so cringe. Du siehst einfach, wie heftig diese Lobby sind, ne? Das ist so brutal. Ich komme darauf nicht klar, Alter. Mein Gott. Als würde es nur noch Sweats geben. Aber das liegt nicht daran. Das liegt einfach nur daran, dass das Matchmaking einfach scheiße ist. Himmlischer. Ich habe es mir gerade gedacht. Ich habe was gehört. Warte, ich springe auf den. Ich springe auf den. Hi. Moin, Peter. Nein. Okay, nice. Hat er ihn jetzt gekillt oder ich? Er hat ihn gekillt, weil es nicht meine Kiste ist. Ah, nee. Schmarrn. Nee, ich habe ihn gekillt. Ich habe auf dem Account ja keine Kiste. Stimmt. Da gibt es ja kein Schwert. Nein, der Evangtor. Nein. Digga. Den wollte ich eigentlich noch verwenden, aber schade. Ja gut, dann warte ich halt auf unseren Kollegen. Okay, noch einer. Ah, ja, okay. Dann ist ja alles entspannt. Dann ist ja alles entspannt. Alter, meine Nase hockt. Ah, ah, ah. Jetzt ist das Mikro von da unten. Okay. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen fast mal Jurassic Parkland oder so. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und können diese hässlichen, ekelhaften Ballons jetzt eigentlich mal von der Stormpoint-Vep verschwinden? Die sind irgendwie widerlich. Ich weiß nicht, ich mache die nicht. Äh, okay. Im ersten Blick gesehen habe ich nichts. Aber ey, ich bin mit sechs Kills Killleader. Auch wenn ich nur 700 Damage habe. Ups. Okay, da sind jetzt definitiv welche. Wo ist der Revenant hingesprungen? Ich habe doch einen Revenant springen gehört. Ist der zu uns? Das wäre sick. Irgendwas third partying. Oh, hallo. Oh, hallo. Let's go. Nice one. Oh. Er ist schon... Achso, ich dachte, das wäre einer. Der ist aber schon sehr weit weg, ne? Der hat richtig kassiert. Hä, geht er rein? Okay. Ja, wenn er reingeht, dann müssen wir pfuschen. Hilft ja nix. Ich bin gleich da. Warte auf mich. Ich loote noch kurz. Er scheint ja keine akute Gefahrensituation zu sein. Alles easy. So, und wo ist der jetzt hin? Ah. Nee. Hä? Oh, bitte, komm. Let's go. Spitfire for a win, Alter. Junge, die Waffe ist ja richtig krank. Oh, und da ist der Mater. Ah, okay. Nein, du bist One-Shot. Kriegt ihr ihn? Ja, er holt ihn, er holt ihn, oder? Komm, bitte. Besser ist es. Besser ist es. Junge, acht Kills? Ich kann mich, glaube ich, nicht erinnern, dass ich in Season 20 schon mal so eine gute Runde hatte. Ich glaube, acht Kills ist Rekord. Was lächerlich ist, aber... Na? Ich sag's ja immer wieder. Season 20 ist krass. Die haut einfach rein. Oh ja, Leute, die hab ich ja gar nicht gehört. Ich bin... Warte mal, geh mal nicht so... Geh mal nicht so... Geh mal nicht so krass rein. Oh, wir haben von hinten auch noch gefördert. Das macht keinen Sinn. Der Fight, der Fight macht absolut keinen Sinn. Wir müssen da eigentlich raus. Hä, wo ist er hin? Ah, läuft. Okay, er hat gut gefressen, aber ich hab auch gut gefressen. Wir haben uns ungefähr gleich viel Damage gemacht. Oh nein, oh nein. Bombbestimmung. Lass mal da raus. Bro, lass mal hier hin. Das bringt nichts. Das ist absolut Lost, den zu fighten jetzt hier so. Open Field. Wobei, wir warten mal. Könnten die auch flanken eigentlich? Ich könnte auch versuchen, die zu flanken. Komm, kletter doch hoch, kletter doch hoch, kletter doch hoch. Kletter doch! Mein Gott, Alter, bist du dumm! Okay, du bist red. Du bist rupt, du bist rupt, du bist rupt. Yes! Oh nein. Hä? Achso! Oh, Digga! Als ob sie jetzt wegrennt. Oh, das ist schon cringe. Ja, und er bekommt den Kill. Alles klar. Okay. Hast du Light-Emmo? Ja, Gott sei Dank, Alter. Und ein großer Rucksack, Alter. Das ist ja ein Träumchen. Aber war nicht hinter uns noch ein Team? Ich hätte gedacht, nämlich schon. Da war doch nur was. Okay, dann sind die rumrotiert. Naja, okay, dann ist das Team. Safe. Außerdem leben nur noch vier Squads. Also noch drei feindliche. So viel ist das nicht mehr. Um nicht zu sagen, das ist ja fast gar nichts mehr. Aber ich sehe hier niemanden. Beim besten Willen nicht. Und ich sehe auch keine Schüsse. Ah, okay, doch. Ich nehme alles zurück. Sorry. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Er schon. Gut. Kann ich mitleben. Lass uns mal da hoch. Ich werfe dir eine Q. Hätte jetzt auch funktionieren können. Aber okay. Er wird schon wissen, was er tut. Bro! Oh nein, du bist so low. Nice, stark. Okay. Er weiß, was er tut. Aber ich glaube, du pusht gerade zu sehr rein, Bro. Die bei dir im Haus sind welche. Oder bin ich jetzt lost? Vielleicht bin ich auch ein Lügner. Kann auch sein. Oh, Digga. Kletter doch hoch, Mann. Junge. Hä, wo? Oh, lol. Der Watson. Mit Blue Shield versus Red Shield. Oh, nein. Oh, nein. Nein, bitte nicht. Ja, Junge. Oh, dann sag doch, dass du pusht. Ich habe das nicht mitbekommen. Okay, wichtig. Okay, er ist cracked. Und rein da. Er hat mir noch einen PK-Shot reingedrückt. Der war, der war böse. Junge. Das war... Nicht so entspannt, wie es aussah, glaube ich. Junge, Junge, Junge. Der PK-Shot hätte auch anders in die Hose gehen können. Der hätte mich auch damit kriegen können. Was ist das denn für eine Voiceline? Meidet diese Stelle ist nicht gut für uns. Okay, interessant. Habe ich noch nie gehört. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Prowler tausche. Aber, ey, Alter, die ist eigentlich ganz geil. So, ich würde sagen, wir gehen mal hinter die. Vielleicht da oben in die Mitte so ein bisschen. Damit wir einfach mal einen anderen Winkel... Ja! Junge! Übertreib halt. Treib halt mit der Triple Take noch besser. Hat der einen Arsch offen? Ich weiß nicht, wer jetzt nochmal... Ja, komm, wir jetzt gehen es nochmal. Oh, Digga, warum leckt es hier auf dieser EA-Version so, ne? Das ist so weird. Komm mal mit, komm da mit, komm da mit. Bitte. Bitte komm mit. Okay, alles easy. Er kommt nicht mit. Digga, was ist denn mit dir los? Nein, sie ist One-Shot! Halleluja! Okay, danke. Oh, jetzt pieken die auch nicht mehr. Die Lümmel. Ich habe was gehört. Octane! Octane! Junge, was ist denn mit ihm falsch? Der hat mir mit dem Repeater gerade so andere Krasse jetzt gegeben. Holy... Ich darf es nicht sagen. Nein! Bro, komm da bloß raus. Ich hau dich. Junge, komm da bloß raus. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen einfach wieder zurück. Wir müssen schauen, dass wir uns klug in der Zone positionieren und die fighten lassen und uns dann als Third Party einmischen. Das ist der Plan. Ich glaube, auf dem Haus hätten wir eine ganz gute Pose. Gib mal die Arx da her, da ist eine Frack, da ist eine Frack, da ist eine Frack, da ist eine Frack. Die wäre besser. Ah, ich weiß nicht. Anstatt dem Arx da? Ja. Ja. Oh, Digga! Nee, ach komm! Ich hasse das! Warum sind die Waffen so leicht zu wechseln? Das ist Fluch und Segen, ne? Das ist Fluch und Segen, ne? Fight normalerweise als erstes, was richtig, richtig gut für uns ist. Das wäre insane! Nein, das ist nicht gut. Schieß den Evertauer kaputt. Schieß ihn sofort kaputt. Die dürfen wir nicht verwenden. Sonst sind wir rippt. Die landen auf und sind tot. Junge, wenn der Octane so gut ist, wie er behauptet. Stark, stark, stark. Okay, nice. Mein Mate ist gut. Mein Mate hat es drauf. Der weiß genau, wie der Hase läuft. Wo der Frosch die Locken hat. Digga, wie die jetzt da schimmeln! Aber ja, wenn der Octane mit dem Repeater so gut ist, dann weißt du, dass der normalerweise richtig eskaliert. Also der darf uns niemals zu nahe kommen. Sonst sind wir rippt. So, wo ist jetzt die Maggie hin? Oh! Oh, lol! Die hat ja den gottlosen Headglitch aller Zeiten, Alter! Oh, das kann ich gut gebrauchen! Ja, genau. Genau, das meine ich. Oh nein, der wird jetzt pushen, ne? Ich weiß nicht, wo er da stand, aber der wird pushen. Safe. Bro, pass auf. Bitte, pass auf. Nein, Jogi, das ist so eine Schalise. Bitte lass mich da hoch. Lass mich da hoch. Lass mich da hoch. Danke, Alter. Ja, der Octane ist krass. Der darf uns auf keinen Fall zu nahe kommen. Die müssen zuerst fighten. Wir haben gegen den Octane keine Chance. Sagen wir es, wie es ist. Da bin ich ganz realistisch. Oh nein. Achso, ich dachte, das wäre die Bangalore Old. Okay, das ist alles gut. Dann ist alles gut. Noch. Aber, Junge, ich habe 10 Kills und 2k Damage. Das ist die beste Runde in der Season. Hä, wo sind jetzt alle? Ich sehe keinen einzigen mehr. Hä? Ah, okay. Ah, okay, die sind hier. Oh, fighten die? Fighten die? Fighten die? Die fighten. Junge, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Aber die Bangalore Old, die ist so störend gerade. Ja. Ach so, natürlich. Oh, Junge, die Bangalore Old hat alles kaputt gemacht. Ja, und jetzt sind sie wieder voneinander gesplittet, oder was? Jetzt fighten sie nicht mehr. Ist das euer Ernst jetzt? Ja, ich höre es. Ich höre es. Die sind gesplittet. Oh, Digga. Hey, yo, Bro. Hast du vielleicht Granaten? Ich könnte in die letzte Saison natürlich meine Ulti reinschmeißen, ne? Das wäre schon ein Game Changer. Das wäre vielleicht möglich. Ich weiß nicht, ob ich ihn fragen soll. Meine andere Seite. Wäre schon wichtig, ne? Wenn er mir ein paar Granaten abgeben könnte, ich habe halt bloß eine Arx da. Ich bräuchte halt mehr. Könnte ich richtig reinjatsen auf meine Ulti. Ich frage ihn einfach mal. Oh nein, have. Have. Oho. Lost. Joel is lost. Er hat Granaten. Aber er soll sich mir geben. Nicht da reinschmeißen. Bro, stell dich nicht so Openfield hin. Der Octane, der haut dich mit der Repeater weg. Oh, Junge. Ja, genau. Die schimmeln jetzt da drin, oder was? Oh, das wird gleich so ein heftiger Endfight. Ich sage es euch. Das wird so ein heftiger Endfight. Oh nein. Oh nein, oh nein. Es geht gleich los. Oh, aber gute Hits. Gute Hits. Gute Hits. Oh, Junge. Huge Hits. Huge Hits. Geh doch nicht runter. Dicker, was machst du denn? Okay, er ist wieder oben. Ja, er geht komplett in die Action rein. Junge, bist du das Wahnsinn? Ich muss ihm helfen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier, okay. Rein da, rein da, rein da. Einfach alles rein da. Alles rein da. War ein bisschen daneben geschmissen. Die sollte nicht auf dem Container landen. Das hat nicht funktioniert. Ja, wow. Alles klar. Und wo ist mein... Shit, das war's. Außer... Komm, zeig, was du drauf hast, Baby. Revenant, bitte. Es lebt nur noch einer. Nee, zwei. Nice, nice, nice. Oh mein Gott. Yes. Oh mein Gott. GGs. Als ob er das geholt hat. Junge, der war komplett unsichtbar für den Octane. Der Octane hat sich nur auf den Gegner konzentriert. Und deswegen haben wir gewonnen, Junge. Das war die beste Runde der Season. Alter, hätte ich die nicht gewonnen. Ich wäre so traurig gewesen. Oh mein Gott. Oh, das war richtig, Bro. Ich feiere dich. I was lagging. Ja, ich auch. Alles gut. Alles gut. Kein Stress. Zehn kills. 2k Damage. 2,5k Damage sogar. Junge. Das war die krasseste Runde in der Season. Holy Shit. Das war krass. Alter Lachs. Holy Crap. Junge. Was geht denn jetzt ab? Ja, sick. Sick. Alter Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat. Unbedingt. Positiv bewerten. Holy Shit. Was war das denn? War glaube ich die Season tatsächlich meine allerbeste Runde. Junge, Junge, Junge. Geiles Ding. Ich feier's. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020